schön dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem youtube-kanal auf vielfachen wunsch das ganze im hochformat variante nummer eins habt ihr schon gesehen und jetzt zeige ich euch variante nur zwei ganz schön transparent oder was gefällt euch besser variante nummer eins oder zwei schreibt es mir in die kommentare und ihr wisst ja wenn ihr mehr von mir sehen wollen unten ist ein link zu of ich freue mich auf euch